Da ist einer vom Balkon gesprungen. Das ist aber schön. Hey, die fliegen hier alle runter. Was ist denn das für ein Unsinn? It's raining, man. Halleluja. Das wär bestimmt toll für mich. Ja. Ja, ja, komm, wir versuchen jetzt hier mal schneller. Er hat mich vorhin gemässert. Achtung. Achtung, der ballert jetzt hier durch die Tür. VIP, Alter. Ach, nee, doch nicht. Einer muss nachladen, scheiße. So, komm mit. Ich warte, ich mach noch mehr, ich sag's gut. Gut. Wir können los, hab die Fenster kaputt gemacht. Ja, ja, komm. Also, bitte, bist du noch zu tun mitnehmen? Hier, Stuhl. Ah, okay. Ich stelle mich, ja. Komm, noch was mit dem. Papkartons. Hey, guck mal. Haben wir immer gebrauchen. Aber hier. Alter, komm, komm mit oben drauf. Kann ich nicht rum, Kittrop? Ich warte auf das Regal. Komm, 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 wir nehmen die Shisha mit. Alter, ich mach das ja hier. Oh, das hat sich kaputt gemacht. Das war so viel Spaß, ich krieg die Deckmeldator. Ach so, da kommt schon mit. Da geht nicht kaputt. Ach so, okay, komm mit, ist ja gut. Ich komm nicht durch. Ich komm nicht durch. Ich mach das ganz cool. Schaff deinen Arsch da rein. Oh nein, rettet mich. Ich hänge unter dem Ding. Nicht zu. Nein, macht's nicht zu. Ey, lass mich drüber. Das stimmt. Oh man, wir müssen ja schon wieder los. Alter, der jetzt so langsam nach. Das ist doch nicht. Das ist echt kacke. Wieso eigentlich Kontakt rechts? Äh, rechts ist ein Kontakt. Kontakt auf. Kontaktstunde. Ja. Auf jeden Fall. Komm schon. Ich muss dann noch ein paar Grenzwerte berechnen. Das ist richtig gut. So. Scheiße. Okay, das war's. Ich bin eine Granate geworden, der Sack. Aber diesmal kommen wir echt schneller durch. Aber ob das gut ist? Hinter dir. Ja, ich wüs schon. Ach, hier seid ihr. Ach so. Wäre Spaß, wenn man hier mal reinbrennt. Du kannst es runtergehen. Was ist das? Ne, du hast nichts. Ja, das passt. Jetzt warst du es. Nee, immer noch nicht. Da hin. Bobi. Warte vorher noch kein, oder? Hä? Oh, da ist doch noch nicht. Wow! Oha. Grafik ist einer auf mich. Hilf mir! auch bei ihm aber das ist das nicht wieder mit durchschieben schweiz Prozent mit der Karte die Gäste nicht aber ich muss mich auch nicht selber bewegen ich bin wieder nachladen das ist nicht gut, ich bin da noch rund und guck aus die sind an allen Ecken ist da gar keiner doch guck mal in das Haus ach du bist es verstanden ah da hallo, 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 hallo ich muss nicht alle grüßen doch denk dir mal neun Fuß aus, du Arsch guten Morgen so kommt für einer von der Seite ich habe den einen vom Balkon geholt oh man wir haben ja ganz viele vom Balkon, oh Gott ich muss grad jetzt nachladen hab der geholfen ey guck mal hier guck mal oh man oh ja 50er zerwischt wir haben das 50er verloren ich bin das rechte wenn man das 50er ok warte krass das ist immer rechts das müssen wir eigentlich immer alles machen ja eben weil wir so sexy sind Jonas schießt mir den Rücken frei Achtung 3 2 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 7 8 9 10 9 9 10 10 12 10 10 11 12 14 14 15 14 14 okay dann mach ich nicht ab ab nachladen ab guck mal jetzt und hey wow yeah ah nee da hat da sind noch welche da hier drüben hallo ok komischerweise dass die leute viel viel wärmer sind als das feuer oh ja ey ich steig ein achso ich auch so geht los was kann ich mich eigentlich komplett umdrehen ne ok sieht irgendwie aus wie westbro verstanden wir arbeiten an einer lösung haltet euch bereit du bist vorne nah siehst mal die laden schon wieder weg die können wir uns verraten ok dann mach ich die kranen hier da genau ach achtung kann man nicht da drin bleiben es ist lau ja hi und was auch leichtes hier jetzt möglichst nicht sterben ok ja ich wieder oder was du bist zuerst gestorben Nein, da hättest du mich ja reanimieren können. Dann wollte ich ja. Oh, da bin ich gestorben. Alter, wieso konnte ich grad... Alter, wie dumm ist der... Muss ich das nachladen, ey. Geben. Wieso, du hast 100 Schuss und 50... Die Hälfte der Zeit musst du dann nachladen. Der soll auch nicht abgeschossen sein. Ach nein. Also, wenn du welchen mal abgeschossen bist. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann grad gleich. Ach, dort oben ist einer. Ach, deshalb. Jetzt ist einer hinter uns. Und jetzt ist es tief aus. Das hier. Ich ziehe nicht aus. Kannst du mich die Reanimation aus? Jetzt also. Nein-n rather. Ja warte mal bitte. Gott, dich chiffonierst. Achter. Dir IMDIhehe Boah. Und man eher kurz die Kunden mit uns stehen. Die machen nicht. Sie stehen ja einfach mal Scheiße in der Sollen. Und manordinierten hat nichts. Das soll ich auf mich. Oh Gott. Na komm herher. jetzt ist das auto weg jetzt weniger gut ich hab die granate hier irgendwo hingebrochen ich bin Jamilas groß muss man mehr defensiv spielen jaaa das würde ich noch machen das Auto sollte jetzt nicht unbedingt stehen bleiben nein oh Gott oh Gott das wird nicht gut enden wieso hat der nur unter der Säule ist doch langweilig was heißt langweilig ist ja einfach nicht mehr oder die dort oben im Haus macht nicht die Schaden naja ich hab die jetzt das war mal ne schöne Säule dem Haus sind leider noch nicht weg hat die da oben noch nie schießen sogar auf mich aber die sind nie weiter unten im Stück weit Alter ja da mach doch mal was du aus der kommt immer noch in der dummen Säule hervor ach die da oben oh no genau soll man die denn alle da rum noch holen da kamen doch gerade welche hier unten da kamen ja gerade rechte oh Gott oh Gott ich muss mal kannst du hier mal ja ja Alter ich danke dir Alter 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 ich will ich will ich will ich will oh bei den Schildern sind noch welche kannst du hier mal helfen ach so jetzt ist hier ein Heli das ist schön ah das ist gut schön die Heli ist mit dem Haugen auch ich will jetzt aber nicht selber wieder wegfliegen sicher zum Heli sicher zum Heli die Lärz aussteigen auf uns am Harz da ey wir waren echt kurz vorm Ziel und haben... Alter! endlich wort zwar auch mistik hat die kunden im haus und ich brauche so hier gibt es zwei möglichkeiten aus links oder rechts links wo es jetzt schon die nächste mission machen aber ich kannst du noch also eine geht noch ich wissen aber ich noch kann ich will es nicht unbedingt herausfordern weil wir haben jetzt drei geschafft dann machen wir dann beim nächsten mal wieder das nächste mal drei dann so dann auf normalen moment dann also bis zum nächsten mal mehr ja schreibt uns tipps wie wir besser werden können betreuen wäre nicht schlecht also ich mache jetzt matte und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin tschüss